Das ist ja so, dass wir in der Biolandwirtschaft und bei Demeter speziell auch eben immer wieder die Biodiversität so wichtig erachten. Da spielt für mich eine Rolle, dass eben auch da die Bezüge der Naturkräfte, der Naturzusammenhänge richtig wirken müssen. Und dass das etwas ist, was wir Menschen heute in der Verantwortung haben. Wir haben nur noch Kulturlandschaft und haben das in der Verantwortung, diese Verhältnisse herzustellen. Landwirtschaft so zu betreiben, dass sie eben nachhaltig ist. Und das empfinde ich als den neuen Aspekt von Gemeinschaftsbildung, der eben wirklich aus dem Freien in die Bildung heraus stattfindet. Heute ist die Zukunft offen. Wenn wir Menschen zusammen wirken, dann können wir in diese offene Zukunft reingeben, dazu braucht es Mut. Und im Tennental, da haben wir einfach mal festgestellt, wenn wir etwas noch nie probiert haben, dann können wir das einfach machen. Und wir haben das Vertrauen, das geht auch sicher gut.